Sagt Hallo zu Minecraft, diese Folge wird komplett vorgespielt sein Ist das nicht toll? Hahahaha Hahahaha Das ist dunkel, schlecht, schlecht, schlecht Ja, ähm Wollte ich das Ding jetzt tun, ja genau, ich weiß es wieder Hahahaha Hier erstmal ein bisschen Schlecht Das ist schlecht so gut machen wir hier so rein mal gucken, ist hier immer noch irgendwie ja, ist schlecht dann muss ich hier, weil ich es mir gleich zeigen, was ich machen will doch nicht, ja, schon wieder, gibt es noch nicht unglaublich, unglaublich, es ist public, genau geht das? ja, hier scheint okay zu sein nee, das war klar, ich wusste nicht, das geht doch nicht, ey ey, alter, ey, nee, also, das geht nicht, alter, ey, nee ja, machen wir hier, hier so ein bisschen so, was machen wir denn hier hier machen wir mal hier gut Boom, 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 boom. Gut. Now we have Grundlage. But what do we do with the Grundlage? Well, I will show you, what we gonna do with the Grundlage. Because Grundlage is good. Grundlage is very very good. Immer wieder totaler Freak. Freak, Freak Skyehat. okay 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 so als nächstes können wir ja mit dem bau anfangen was für ein bau eigentlich was mache ich hier jetzt gerade und ich weiß nicht was ist eigentlich so schlimm alter dieses wasser warum muss hier eigentlich überall wasser sein was verändert können die doch nicht tun also freunde freunde und ich werde meine macht gegen so also dieses ist so und so und so okay ich weiß jetzt wie diese sind dieses wasser jungen dumm so genau so oder stimmt doch oder das doch die wand das ist die wand hier hier das ist wirklich das geht nicht egal was du da sagst mister das geht nicht das kann ich nicht hinnehmen gar nicht schon wieder fikt euch doch fikt euch doch fikt euch doch fikt euch doch das ist ja das geht doch nicht das ist im ernst das geht nicht so wie war das jetzt jetzt ist hier der kummel der bolo bolo und da ist der einen slot 1 der 2 also hier ist der wand und da 1 2 3 ok also 1 2 3 ist der slot zu der wand 1 2 3 ist der wand so dann ist da der wand der wand ist mein Freund because friends a wand und nu i have no more stone ist das richtig ja das ist richtig sad ist aber auch bad da muss ich was gegen mache because bad is nix gut nix gut überhaupt nicht ne 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 also hole ich mir hier ein bisschen stone because stone ist cool stone ist macht mich happy ähm nicht funny frisch weil funny frisch macht mich nicht happy ich bin mal wieder der beste Let's Player überhaupt und rede auch das beste was man nur in einem LP reden kann denn äh hier sind ja auch ganz schön viele sehr seltsame Geräusche die mich nicht mögen deswegen ich sie auch nicht mag aber gut sehen wir nun mal von den privaten Problemen ab und gehen weiter mit den privaten Problemen iron yay und ne Höhle holy fucking shit auf Höhle wollte ich jetzt eigentlich nicht stoßen weil Höhle ist jetzt grad nicht mein Freund äh Leute ich will jetzt grad keine Höhle finden und jetzt hab ich doch einen gefunden ey der gibt's doch nicht das Spiel ist mal wieder total gemein zu mir und ich hab Angst boah das ist ja gar keine Höhle das ist ja nur so'n 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 Pisshaufen keine Ahnung aber nix Höhle das kann man nicht Höhle nennen warum hab ich denn grad ein Skelett gehört das ist schon seltsam das ist äußerst äußerst seltsam hier was hier schon wieder vorgeht also das geht nicht da ist iron iron ist toll ich mag iron aber iron ist irgendwie geil jetzt hab ich aber einen Zombie gehört und das ist jetzt mein Ernst ähm gut irgendwo hier ist ein Zombie in der Nähe schlecht interessant aber auch und ich höre schon wieder ein Zombie und ich höre ein Skelett ok das war sie doch nicht an ich hoffe die sind nicht oben ach du heilige Scheiße wir gehen hier ab Gangbang oder wat oh mein Gott oh mein Gott oh mein Gott oh mein Gott ich werde sterben oh mein Gott holy fucking shit 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 was geht hier bitte ab holy fucking shit ich hau ab Junge ich hau ab ich hau ab ich einfach nur abhau Alter was geht denn da ab sind das tausend Monster Spawner oder was Alter habt ihr das gehört was zur Hölle Alter was war das was zum geiler war das im Ernst Junge was zur Hölle was war das Alter was war das das war scheißangstanflößend Alter Schwede was zur Hölle was zur Hölle im Ernst mal was war das was war das habt ihr das gehört Alter ich weiß nicht ob ich da nochmal hingehen will im Ernst das war doch was war das ah madness das ist madness ne ne das war falsch wie ging das das ne ne moment moment genau das ist madness madness das ist Sparta ja dann die Zombies da hinten wahrscheinlich auch gedacht hm Alter das ist aber schon angstanflößend gewesen aber sowas von verfickt angstanflößend ich mein hallo habt ihr das gehört Junge was soll das denn was soll denn das im Ernst und ich brauch einen Eimer damit da kein Wasser mehr drin ist hm 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 ich mein was soll das wer wär uns unglaublich dein Herz bebt immer noch ich mein hallo was soll das denn das Spiel mag mich eindeutig nicht sonst hätte ich mir das Spiel ja wohl nicht mitgeteilt dass es mich geht ich mein hallo habt ihr das gehört habt ihr das gehört natürlich habt ihr das gehört trotzdem hallo das war scheißen abgut anflößen ey das geht nicht das darf das Spiel nicht nochmal machen ansonsten äh schlag ich das Spiel tot und dann äh tippelt mich das Spiel wegen Totschlag das zeigt aber auch vollkommen Sinn ich einfach mal wieder total sinnvoll bin und ich da das Wasser nicht rauskriege weil da immer Neues zuflößt ha geil geil wie mach ich denn das jetzt ne das war jetzt nicht mein Ziel scheiß ähm ja ja das Spiel will es nicht auf herkömmliche Weise machen daher muss ich es auf unherkömmliche Weise machen Musik sei nicht lauter eigentlich sonst ne ist klar ne sind wir uns einig gut ja happy so und schubs ist hier nix mehr was da drin fast so und schubs ist hier nix mehr was da drin mhm ha 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 lalalala und ihr werdet ihr sehen was ich vorhabe ALTER ja die Musik ist zu laut Moment ne erstmal erstmal für das Stahl interessant ne erstmal 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 Stein I need a lot of stone because stone is my stone age ha 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 uuuhh 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 brauchst du noch zwei Stücke ein und dasターst du durchdra меч Egal ne falsch ... ok gut Meine Damen und Herren E-meniacrist ist wieder da es ist unglaublich aber wahr hehehe hehehe emerging ahahah Oh god ähm da muss weg Das muss auch weg, richtig. Immer wieder total richtig hier heute. Richtig, 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 richtig. Toll, alles geil. Oh, geil. Gut. Was passiert, wenn ich... Ja gut, das ist falsch, das möchte ich nicht. Dann können wir das mit den Treppen hier vergessen. Das geht also nicht. Ja, hallo? Do what I want. Oh, you will be dead. Gut. Das war ich vorher. Wir brauchen ganz, ganz, ganz viel Stein. Stein, Stein, braucht ganz viel. Ganz viel. Ähm, ja. Gut. Schlecht. Gut oder schlecht? Ja, ich möchte eigentlich erstmal das hier komplett aus Stein werden lassen. Also aus Cobblestone. Und dafür muss ich jetzt erstmal alles abbauen und wieder einbauen. Damit das Cobblestone ist. Weil in diesem Fall möchte ich einfach eine reine Oberfläche. Verstehe ich da. Nicht? Gut. Egal. Bumm. So, und äh, wie gesagt. Diese Take wird komplett vorgespult sein. Das heißt, das ist lustig. Wird lustig. Ganz lustig. Ach, geil. Wird ganz schön geil. Ja. Gut. Nein, jetzt. Ja, komm. Meistat auch noch. Bärm. 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 Hier auch auf der Seite. Ne, nix. Treppe. Treppe soll schon da bleiben. Und da gibt da alles. Ja, keine Dinge. Irgendwie schon. Egal. Okay. Da sind wir uns jetzt schon, äh, einen ganzen Schritt weiter sind wir jetzt. Also, das ist schon geil. Und, äh, geil ist nämlich, äh, geil. Weißt du? Weil, weil geil einfach geil ist. So, und jetzt machen wir hier weiter, ne? Hier, ne? So, und ich mach noch weiter hoch. Denn das hier soll mehr oder weniger ein Turm werden. Unterground. Ein Underground-Turm. Ähm, wenn jemand, äh, ich glaub, das war der Mr. Kufin-Fan, oder so. Ne, nix, Mr. Äh, das war, glaub ich, der Kufin-Fan, oder so. Oder irgendwie jemand, sorry. Wenn ich den Namen jetzt, äh, wenn ich jetzt falschen Namen genannt habe, oder so. Aber, ähm, irgendjemand hat mir halt geschrieben, äh, ich könnt ja so eine Bohrinsel machen, ne? Und, äh, da hab ich mir gedacht, boah, ey, oh, das wird ja geil. Schau, das in diesem Spiel kann irgendwie, kann ich also nicht machen. Deswegen hab ich einfach gemacht, gedacht, ich kann ja das hier machen, ne? Das, was ich grad mach. Einfach so ein Turm, vom Underground nach oben. Und da oben dann, na, oder wenn hier eine Plattform oder so. Da muss ich noch schauen. Also, auf jeden Fall soll das hier schön werden. Und deswegen hab ich gleich keinen Stein mehr. Deswegen muss ich zurück in die Zombie-Hülle. Und das ist schlecht. Weil Zombie-Hüllen find ich allgemein nicht so toll. Da find ich andere Dinge erregender. Bin ja mal wieder so ein Scherz-Kick's heute. Toll. So, kein Stone mehr. Also geht jetzt grad nix mehr. Darf ich wieder zurück in die Hülle des Löwen? Geh, 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 Geh